hello my friend der horrorspaß geht weiter in silent hill freut mich dass du da draußen mit dabei bist so wie war das jetzt hier einfach raus ich will hier mit nichts mehr zu tun haben kein bock mehr darauf das wird zu gruselig okay ich hab gerade angefangen zu spielen das hatte ich ein scheiß problem ok Oh fuck. Mann, wo muss ich lang? Okay. Okay, da geht's. Ah! Mann, ich hab keinen Bock mehr. Ich will doch einfach nur nach Hause. Die Schnauze voll. Bitte, lass mir Ruhe, ey. Hier, mir Bock mehr. Wo muss ich lang? Muss ich da lang? Hier lang? Ich muss nicht noch da lang. Oho. Wo bin ich? Was nu? Hallo? Ist die immer noch hinter mir? Ich hab gar keinen Bock mehr. Ey, wait a second. Das hab ich auch gesehen. Ich hab ein Stück Arsch. Sicher, Alter. No. Oh mein Gott. Oh no. Please go away. I'm scared. Oh warte. Oh fuck. Wo lang? Wo lang? Huh? No, I don't like what I see. Ah! Oh mein Gott. Oh mein fucking goooood. What? Da. Hallo? Wo lang? Ja? Ist okay, kann ich dir später ändern, bitte. Jetzt hier, zack, zack, zack. Ab dem Sack und Schüss. Links. Rechts. Oh mein Gott, die ist immer noch da. was wie denn warum ist das denn so kacke schwierig gemacht ist es jetzt weg ja mann also du bescheuerte alte dreck so ich habe mich nicht zusammengezogen scheiße kann ich nicht schneller rennen jetzt mal ohne scheiß wo muss ich denn jetzt hier warum bin ich so langsam hä aber jetzt bin ich doch wieder hier oh mann verdammte blöde sau boah ist das kacke das spiel nein das ist nicht kacke das ist kacke aber ich bin trotzdem ein fortschritt noch ja wenn wir noch eine sache finden dann vielleicht 23 das ist ja auch wieder so eine frage ich muss jetzt nicht oh wait ich war noch nie da oh nein oh ist das kacke jetzt aber die knackte ist auch noch genau hinter mir nee ey das ist schon wieder absolut scheiße war hier was oh ja weißt du was ey ganz ehrlich du blöde sau er war weg von mir wo waren das andere hier nee ich höre diese schritte ich höre die ich höre das ist oh nee guck wie soll ich denn da wegkommen alter das ist doch voll die schritte schritte ich bin nicht nur Dienstag muss zumal ich in Orientierung sind wie so ein Esel ich krieg das auch niemals gelevelt jetzt ja das tut mir irgendwo leid, weil ich nur... ich... darf ich mal? Danke so, das erste war... oh shit direkter Fehler super das ist super, weißt du gar nicht gelaufen ja, mach hin ich muss jetzt lang hier ja ja ich sehe echt nothing ich habe Angst ist sie da? nö oh verdammte Scheiße meine Fresse, Alter, was hat die... Alter, hat die GPS an mir befestigt, oder was? oh verdammt oh verdammt oh ich fühle mir her so fast ich merke das doch oh 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 mein Gott, das ist doch ein Witz wie kam die jetzt so schnell dahin warum hast du denn also warum sie sie hast, verstehe ich, aber warum hast die mich? warte mal, das ist ja alles hier ein Abteil, ne? oh verdammt oh verdammt oh verdammt oh mein gott warum warum tust du mir das an ja los noch eine runde ich will dann direkt auf die zulaufenden so ein ding geben anwenden so auf den sack geht so warte wo lang geht ja 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 dann gleich links hier? ne hä? oh hä da? ne ich hab gar keinen bock auf die alte sau so hier lang und irgendwo war doch ein weg ne abgeriegelte Tür da aber erstmal hier rein ähm wuuser und so bitte ja bleiben mal ganz schlocker jetzt hier ich hab mich schon wieder verlaufen glaubst du also langsam ist gut hier 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 wo ist die wo ist die wo ist die die hier ja nichts doch ich Ja Ja Oh Mann Was sind das? Woh, ich hab Bock auf die Kacke Kacke hier? Hier? Nee oder? Nee Doch, hier! Einer noch! Ja, du kannst ja auch sorry sein. Aber jetzt, wir müssen uns konzentrieren bitte. Oh mein Gott, 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 bitte, lass mich doch einfach nur in Ruhe, ich will hier durch. Ha! Mann! Ich hasse dich! Wo ist das letzte jetzt? Das finde ich doch nie. Oh mein Gott! Oh mein Gott, ist sie schneller geworden. Boah, noch nie hat eine Frau nicht dazu gebracht, so oft, um mein Gott zu sagen. Oh, scheiße. Jetzt bin ich ja voll in die Falle gelaufen, ne? Ah, der Beknackte! Ah, 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 bitte, lass die Joghurt. Geh weg. Geh lang. Ja, hier war ich doch aber auch schon. Oh mein Gott, wo ist sie? Oh mein Gott, wo ist sie? Oh mein Gott, 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 ha, 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 ha. Oh, warum ist sie so schnell? Ich heu gleich. Hier rein. Waren die hier schon? Ja, natürlich waren die hier schon. Ey, dann hab ich sie aber... Ich... Keine Ahnung. Boah, die kommt schon wieder. Ah, ich kann doch nach hinten gucken. Ha, ich gucke zu wissen. Was? Ha, ha! Warum ist die denn so schnell? Zumal, ich steig hier echt null durch, ne? Oh, fuck you. Okay, da läuft jetzt hier lang. Wenn ich hier rum... Ha, ha! Mann, ich schwirr, ich krieg gleich nen Abwas. Ich will doch nur, diese scheiß letzte Sache. Oh, fuck. Boah, das wird eine XXXL-Folge, wenn das so weitergeht. Und ich fuck das voll ab, dass das so wirklich komplett unübersichtlich ist. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Jetzt will ich... Ach. Ha! Boah! Meine Fresse. Ich bin auch so. Oh, fast. Flucht. Oh Gott. Was... Hauptverkehrt, hot. Nein! Haut da. Oh mein Gott. Hahaha, ich hab echt keinen klar wohin ich laufe. Das spielt ist so Scheiße… Ich muss doch jetzt... irgendwo was sein. ein vor Ort die alte dämliche Potsdam und Kampf die Tötschel wir vielleicht ich habe doch Bilder gemacht, nicht? Okay. Oh, verflucht! Weibs! Das ist eigentlich so nachtragend. Hier drinnen? Vielleicht das da? Jetzt mal erst... Ah! Oh, verdammt! Oh, verdammt! Oh, verdammt! Ich hinge! Oh, mein Gott! Oh, mein Gott! Oh, mein Gott! Warum wurde die auf einmal so schnell, die blöde Sau? Die verarscht mich doch jetzt mal ohne Scheiß! Ich sehe nichts! Ich kündige! Ja! Ah! 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 Ha! 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 Oh! ja ausgeträgt so wie du und jetzt geht er lang geht das mein oh mein gott oh mein gott oh mein gott oh mein gott ja gut wird wohl doch keine xxl folge denn die folge ist wieder vorbei vielen dank fürs zuschauen wenn ihr das ganze gefallen hat lasst doch gerne bewertung da ansonsten sehen wir uns der nächsten folge wieder bis dahin wünsche ich dir alles gute und ciao